Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit stehenden Wellen. Was ist eine stehende Welle? Eine stehende Welle entsteht im einfachsten Fall, wenn eine Schallwelle zwischen zwei parallelen Wänden so reflektiert wird, dass sich die einfallende mit der reflektierten Schallwelle gleichphasig überlagert. In dieser Animation ist die schwarze Welle die resultierende stehende Welle. Es sind hier der Einfachheit halber Transversalwellen dargestellt. Wie wir sehen, entstehen bei einer stehenden Welle ortsfeste Druckmaxima und ortsfeste Druckminima. Im Druckmaximum herrscht maximaler Wechseldruck, die entsprechende Frequenz kann hier sehr laut wahrgenommen werden. Im Druckminimum ist fast kein Wechseldruck messbar und die entsprechende Frequenz ist kaum hörbar. Stehende Wellen werden auch als Moden oder Raumresonanzen bezeichnet. Wir verwenden nachfolgend die Bezeichnung Mode. Die tiefste Frequenz, für die eine Mode entstehen kann, ist jene Frequenz, deren Wellenlänge dem doppelten Wandabstand entspricht. Es passt also gerade eine halbe Wellenlänge zwischen die Wände. Es entsteht jeweils an der Wand ein Druckmaximum und in der Mitte des Raumes ein Druckminimum. Man spricht auch von einer Mode erster Ordnung. Des Weiteren entsteht bei jedem ganzzahligen Vielfachen dieser Mode erster Ordnung eine Mode höherer Ordnung. Wenn zum Beispiel die Mode erster Ordnung bei 30 Hz liegt, so entsteht die Mode zweiter Ordnung bei 60 Hz, die dritte Ordnung bei 90 Hz, die vierte Ordnung bei 120 Hz und so weiter. Wie wir sehen, ist immer an der Wand ein Druckmaximum. Moden, die zwischen zwei parallelen Wänden entstehen, werden auch als axiale Moden oder eindimensionale Moden bezeichnet. Moden können in einem quaderförmigen Raum aber auch durch die Reflexion an vier Wänden oder sechs Wänden entstehen. Entsteht eine Mode durch die Reflexion an vier Wänden, so spricht man von einer tangentialen oder zweidimensionalen Mode. Entsteht sie durch Reflexion an sechs Wänden, so spricht man von einer obliken oder dreidimensionalen Mode. Für jede Dimension einer Mode gibt es unterschiedliche Ordnungen. Zum Beispiel kann eine Mode in der x-Dimension erster Ordnung sein, in der y-Dimension zweiter Ordnung und in der z-Dimension erster Ordnung. Klangliche Auswirkungen von Moden Moden führen nicht nur zu ortsfesten Maxima und Minima, sondern die betroffenen Frequenzen klingen auch besonders lange nach. Dies ist ein Wasserfalldiagramm. Man erstellt es zum Beispiel, indem man einen Dirac-Stoß über einen Lautsprecher wiedergibt und ihn mit einem Messmikrofon wieder aufnimmt. Geeignete Software kann die so gemachte Aufnahme analysieren und ein Wasserfalldiagramm darstellen. Da ein Dirac-Stoß alle Frequenzen enthält, ist es möglich, den Lautstärkenverlauf des Nachhalts für jede Frequenz darzustellen. Und genau das macht ein Wasserfalldiagramm. Wir haben hier die Frequenzachse, hier die Pegelachse und hier die Zeitachse. Eine stehende Welle sieht in einem solchen Diagramm so aus. Man hat eine Frequenz, die über lange Zeit mit hohem Pegel erhalten bleibt. Moden sind für einen Regieraum, Aufnahmeraum oder Konzertsaal deshalb problematisch, weil es Stellen in einem Raum gibt, an denen bestimmte Frequenzen stark überbetont sind und andere Stellen, an denen bestimmte Frequenzen gar nicht wahrnehmbar sind. Besonders im Regieraum stören Moden, da man beim Equalisen und Mischen immer versuchen wird, die Klangveränderungen, die von den Moden bewirkt werden, auszugleichen. Sind am Abhörplatz 500 Hz überbetont, so wird die Mischung bei 500 Hz immer zu wenig Druck haben. Moden sind in der Praxis nur im Bass ein Problem. Bei mittleren und hohen Frequenzen sind die Bereiche mit ortsfesten Maxima und Minima klein und werden in der Praxis nicht wahrgenommen. Welche Moden müssen bekämpft werden? Jeder Raum hat Moden. Man kann sie nicht vollständig beseitigen. Solange die Moden einigermaßen gleichmäßig über das Frequenzspektrum verteilt sind, sind Moden auch unproblematisch. Problematisch wird es, wenn mehrere Moden auf nahegelegene Frequenzen fallen. Außerdem sind axiale Moden besonders problematisch. Moden, die am Abhörplatz weder ein Maximum noch ein Minimum erzeugen, sind unproblematisch. In der Praxis können stehende Wellen zwischen 30 und 300 Hz störend auffallen. Berechnung von Moden Eine Möglichkeit herauszufinden, bei welchen Frequenzen die Moden eines Raumes liegen, ist, sie zu berechnen. Man setzt in diese Formel einfach für L, B und H die Raummaße ein. nx, ny und nz sind die Ordnungen für eine Dimension. Will man zum Beispiel die Mode dritter Ordnung für die z-Achse berechnen, so setzt man nx und ny gleich 0 und setzt nz gleich 3. So kann man für die Ordnungszahlen Werte von 0 bis x einsetzen und systematisch alle möglichen Moden berechnen. Am besten macht man dies mit einem Computer in einer Tabellenkalkulation. Die Berechnungen sind gute Hinweise darauf, bei welchen Frequenzen man stehende Wellen finden kann. In der Praxis kann es aber Abweichungen geben. Die Dimensionen des Raumes können nicht ganz stimmen, die Winkel der Wände zueinander können nicht rechtwinklig sein, die Wände können mitschwingen und so akustischen Einfluss haben und viele andere Faktoren spielen eine Rolle. Letztendlich ist auch die Position der Lautsprecher im Raum dafür entscheidend, wie ausgeprägt die stehenden Wellen sind. Moden empirisch ermitteln Aufbauend auf die Berechnungen oder alternativ dazu, kann man die stehenden Wellen empirisch ermitteln. Man stellt Lautsprecher an die Stelle, an der sie später auch stehen sollen, und spielt Sinustöne ab. Man beginnt bei 30 Hz und steigert langsam die Frequenz. Sobald eine Frequenz am Abhörplatz übermäßig laut oder leise wahrgenommen wird, handelt es sich vermutlich um eine stehende Welle. Vermutet man eine stehende Welle, so bleibt der Sinusgenerator auf dieser Frequenz. Man geht durch den Raum und überzeugt sich davon, dass es tatsächlich ortsfeste Druckmaxima und Minima gibt. Ist dies der Fall, so geht man an der Wand entlang und notiert, an welcher Stelle an der Wand ein Druckmaximum gehört wird. Sollte das Druckmaximum nur an einer bestimmten Raumhöhe wahrnehmbar sein, so muss man diese notieren. Stehende Wellen eliminieren Man kann eine stehende Welle einfach eliminieren, indem man an den gefundenen Druckmaxima an der Wand einen auf die Frequenz abgestimmten Helmholz-Resonator anbringt. Am effektivsten arbeiten Helmholz-Resonatoren in Ecken, am zweiteffektivsten an Kanten. Der Helmholz-Resonator muss aber immer möglichst genau im Druckmaximum stehen. Alternativ zu Helmholz-Resonatoren kann auch eine Bassfalle verwendet werden. Dieser arbeitet breitbandiger. Bassfallen werden in einer Stereo-Regie immer an der Rückwand angebracht. Eine weitere Methode, gegen stehende Wellen anzukämpfen, ist die Abhörposition und die Position der Lautsprecher zu verändern. Problematische Moden vermeiden Abgesehen davon, dass man mit Absorbern arbeitet, kann man problematische Moden von vornherein vermeiden, indem man die Raumgeometrie entsprechend plant. Bestimmte Raumausmaße sind einfach ungünstiger als andere. Am ungünstigsten sind würfelförmige Räume, da hier die axialen Moden in allen drei Dimensionen auf dieselben Frequenzen fallen. Auch wenn eine Raumdimension ein ganzzahliges Vielfaches einer anderen ist, ist das ungünstig. Dies wäre zum Beispiel bei einem Raum mit 3 mal 4 mal 2 Metern der Fall. Am günstigsten ist es, wenn die Raumausmaße in keinem ganzzahligen Verhältnis zueinander stehen. Zum Beispiel 4,5 mal 6,1 mal 2,2 Meter. Des Weiteren ist es gut, wenn der Raum keine parallelen Wände aufweist. Dadurch können axiale Moden nur sehr schwierig auftreten. Gerade bei Raum-in-Raum-Konstruktionen wird der innere Raum üblicherweise mit nicht-parallelen Wänden konstruiert. Trotzdem muss der Raum wie oben beschrieben nach stehenden Wellen durchsucht werden. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Jeder Raum hat Moden. Diese können nicht nur axial, sondern auch tangential oder oblieg auftreten. Besonders problematisch ist es, wenn mehrere Moden in einem engen Frequenzbereich zusammenfallen und ein Druckmaximum oder Druckminimum am Abhörplatz erzeugen. Vom Frequenzbereich her sind Moden zwischen 30 und 300 Hertz besonders problematisch. Man kann die Frequenzen, bei denen Moden auftreten, berechnen, man kann sie aber auch empirisch ermitteln. Hierzu spielt man Sinustöne über die Studio-Abhörer ab. Man steigert langsam die Frequenz und beurteilt die Lautstärke vom Abhörplatz aus. Wenn eine Frequenz besonders laut oder leiser erscheint, handelt es sich vermutlich um eine stehende Welle. Man geht die Wand ab und notiert auf einem Grundriss die Stellen, an denen Druckmaxima für diese Frequenz auftreten. An einer Stelle mit einem Druckmaximum kann später ein auf diese Frequenz gestimmter Helmholz-Resonator angebracht werden. Man kann stehende Wellen aber auch breitbandig mit einer Bassfalle unterdrücken. Am besten ist es, das Entstehen ungünstiger Moden von vornherein durch die Raumgeometrie zu vermeiden. Die Maße des Raumes sollten keine ganzzahligen Vielfachen voneinander sein und der Raum sollte keine parallelen Wände aufweisen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.